Also ich finde, das ist total richtig, was du da gerade sagst, weil aus der Führungskräftesicht heraus gibt es da Möglichkeiten. Entweder du warst eh schon öfters in so einer Situation und bist sozusagen erfahren, was Krisen anbelangt und kannst deswegen sozusagen dich regulieren. Und ich meine, manche können das einfach besser als andere, das ist natürlich auch klar. Aber wenn du jetzt runter Richtung Team denkst, dann ist es, glaube ich, total wichtig, auch denen sozusagen diese Luft zum Atmen zu geben, weil niemand hat was davon, wenn die alle rumrennen, wie quasi das, weißt du ja schon, dass das Hühnchen ohne Kopf noch herumläuft sozusagen. Weil die sollen ja was arbeiten, die sollen ja auch die Lösung herbeiführen. Und niemand kann eine Lösung herbeiführen, wenn er komplett im emotionalen Eck hängt, wenn er komplett in Angst verharrt, weil er die Gefahr sieht, dass er in einer Woche keinen Job mehr hat oder so. Und das sind alles gute Gründe, glaube ich, warum, wie du sagst, diese emotionale Level, warum der runter muss, sodass erstens die Mannschaft arbeiten kann und zweitens da irgendwie ein vernünftiges, auch in dem Prozess ist es ja dann wichtig, sich gegenseitig zu vertrauen, sich up to date zu halten, zu sagen, okay, wir arbeiten in die Richtung, wir glauben, wir kriegen das in einem Tag hin, und am halben Tag später dann zu sagen, naja, okay, wir haben acht den Tag, es werden doch zwei werden. Also man muss sich da viel, viel gegenseitig im Loop halten, also die Besprechungsabstand wird sehr kurz bei sowas dann. Und das klappt, glaube ich, alles besser, wenn die Nerven von allen Beteiligten halbwegs im Griff sind. Und das klappt, glaube ich, alles besser, wenn die Nerven von allen Beteiligten halbwegs im Griff sind.